hallo hallo und herzlich willkommen zur niegelnageläusten ausgabe des tele stammtisch einer ganz besonderen ausgabe einer wirklich absolut besonderen ausgabe denn das hier ist irgendwie alles anders gekommen als es sein sollte und deswegen mache ich mit erst mal der gute laune wegen hier ein kalt getränk auf denn wir haben irgendwie gleichzeitig was zu feiern und gleichzeitig ist irgendwie auch alles nicht so optimal gelaufen und naja ich will euch einfach teilhaben lassen an meinen gedankengängen und auch an der aktuellen planung hier beim tele stammtisch im letzten monat haben wir uns unterhalten über die zukunft des comics es war sehr episch wir haben da eine ganze menge dinge rausbekommen und auch in diesem monat hatte ich sowas vor ich hatte mir tolle gäste zusammengesucht und wir wollten über eigentlich dasselbe thema aber mit anderen inhalten sprechen und naja sei es drum es hat leider nicht so stattfinden können es waren viele tolle sachen geplant und unter anderem und das wiederum hat glücklicherweise funktioniert war die liebe eve jay mit teil dieser runde eve jay kennt man sie ist im vorstand des comics solidarity vereins die kennen wir hier beim tele stammtisch auch schon sehr gut und wir wollten uns über ganz viele dinge unterhalten und haben das tatsächlich auch getan wir haben uns dann nämlich zu zweit hingesetzt und hier ein bisschen über eine dreiviertel stunde über dinge gesprochen die mit comics zu tun haben und genau auf dieses gespräch könnt ihr euch freuen das folgte nämlich im anschluss dann gab es leider irgendwann dieses blöde problem dass die liebe eve jay halt übelst den reizhusten bekommen hat wir mussten das gespräch dann einstellen und deswegen kriegt ihr hier eigentlich mehr so eine nun ja also das ist nur so ein teil von dem gespräch das geplant war es aber echt ganz toll geworden und ich möchte es euch nicht vorenthalten ja das gespräch endet dann wie gesagt nach einer dreiviertel stunde hier in diesem podcast und dann ja dann geht es weiter mit den infos die euch hier in den nächsten monaten beim tele stammtisch erwarten seid doch mal sehr gespannt auf das was da gleich auf euch zukommt nach diesem tollen gespräch mit der eve jay über ganz viele dinge die irgendwie auch mit der zukunft des comics zu tun haben hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelnäuschen ausgabe des tele stammtisch eurem audio podcast in dem es manchmal um comics geht und auch heute geht es wieder um comics ich habe mir heute eine junge frau mit ins boot geholt mit der ich schon mal über comics gesprochen habe sei es irgendwie privat sei es irgendwie vor ort und sei es irgendwie übers internet man läuft sich ständig über den weg und ich bin einfach hin und weg dass sie heute wieder zeit gehabt hat mit uns über naja vielleicht die zukunft des comics über aktuelle trends im medium und auch einen ausblick auf den comics salon in diesem jahr zu werfen hallo und herzlich willkommen eve jay halli 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 andy freut mich hier zu sein mega ja du hast extra wie gesagt ein bisschen zeit freigeschaufelt und das finde ich ganz toll du bist ja sowas von drin im comic thema also du hast eine kleine auszeit aber was den überblick angeht und vor allem auch so diesen begriff der comic botschafterin den ich gern benutze den repräsentierst du für mich auf jeden fall denn du bist ja mit ich glaube vorstand kannst uns gern ein bisschen aufklären auch bei der comics solidarity aber einfach auch schon immer eh und je ja absolute netzwerkerin die halt gott und die welt im bereich comic in der szene kennt auch einen guten überblick daran hat was sind eventuell gerade probleme schwerpunkte und trends und jetzt glaube ich habe ich eine menge positive sachen zu dir gesagt würdest du das so bestätigen ja teils teils also die comic solidarity das war ja so eine initiative damals kleiner rückblick als wir ich glaube 2013 so ein bisschen unzufrieden aus dem comic fest münchen rausgegangen sind und da war das comic solidarity der name eines plakates dass wir gemeinsam für die sichtbarkeit von webcomic künstlerinnen künstlerinnen geschaffen haben und ich bin über die jahre immer mal wieder gefragt worden wenn dieses plakat irgendwo aufgetaucht ist ja wie komme ich denn da drauf wie kann ich da mitmachen ich glaube es waren 30 oder 40 maximal 60 leute auf dem ding und das deckelt natürlich bei weitem nicht die menge an menschen die sich da mittlerweile zusammengefunden hat und ja comic solidarity wurde dann tatsächlich vor über einem jahr endlich ein eingetragener gemeinnütziger verein und ja deren vorstehende vorsitzende ich bin ich habe gehadert mit mir denn da war ja schon mein kind geboren und die ressourcen etwas knapp aber ich dachte hey wer wenn ich 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 muss es mir doch auf die fahne schreiben dass ich das angeschoben habe natürlich nicht ohne meinen sehr treuen kollegen und mitstreiter lukas ra wilde der heute leider nicht hier sein kann dazu gekommen sind noch oder mindestens genauso treue menschen wie lisa rau und lara k und viele andere die sich immer wieder engagieren engagiert haben und weiterhin engagieren wollen jetzt habe ich auch ziemlich viel geredet aber ja wir sind wir sind so ein bisschen immer noch botschafter in der community mehr als das comic selbst bei euch kann ja jeder vorbeischneiden und irgendwie auch joinen also in dem sinne sind wir ja rede ich jetzt auch explizit von einem discord server den es aktuell auch gibt der auch regelmäßig genutzt wird es gibt eine facebook gruppe wobei ich nicht weiß ob das nicht eher so ausschleichen soll das kannst du gerne noch mal erläutern aber ich glaube ihr seid nicht darauf versteift jetzt ausschließlich comicschaffende bei euch mit ins boot zu holen oder das ist so ein bisschen die schwierigkeit wir haben mal besprochen wo soll es denn jetzt hingehen da kommt immer mal wieder die idee auf dass wir uns wie das comic messen machen zum beispiel mit den comic lesenden verknüpfen jetzt ist das ein schuh wenn man sich den anzieht der ist ein bisschen groß und man muss da gucken wer hat denn diesen fahrt schon ausgetreten ja und in wessen fußstapfen kann ich da folgen wir haben jetzt aktuell eher die herausforderung nachdem facebook nutzung ja sehr stark zurückgegangen ist wo findet unsere community gerade statt und da sind noch nicht alle auf discord also auf twitter haben wir es eine zeitlang sehr stark bespielt aber es ist schon relativ zerfasert zumal auch einige menschen gar nicht mehr social media nutzen wollen verständlicherweise und da sind wir gerade etwas im umbruch passend zur umbruch zeit mit der gründung des eingetragenen vereins gab es dann eben die möglichkeit mitglied zu werden mit einem jahresbeitrag und einem etwas höheren jahresbeitrag als ginkgo fördermitglied und so kann man sich auch wenn man sich online nicht dauernd sieht präsent sein und unterstützen aber ich vermisse die community schon also sowohl live als auch online ihr seid seitens der comic solidarity ja auch immer repräsentant innen vor ort das heißt also beim salon und eben wie du hast schon angesprochen auch beim comic festival beim bei der con in stuttgart seit ihr dem grunde nach immer auch irgendwie einer der größten in die stände und deswegen ist es da auch immer eine tolle möglichkeit ja zum einen kontakt zu euch aufzunehmen als auch selbst dort irgendwie eine form von repräsentation zu finden also einfach um sich mal keine ahnung meine stunde selbst einen tisch zu haben oder so was da eventuell noch gerade beim salon auf uns zukommt das wollen wir am ende dieser runde hier besprechen und ich bin sehr gespannt darauf weil es da auch wieder konkrete pläne gibt jetzt ist so ein bisschen der punkt dass wir in der letzten ausgabe hier beim telestammtisch uns über die zukunft des comics unterhalten haben das war ganz schön tolle runde und ich hatte tolle gäste in der stelle liebe grüße an katika karsten naomi wir haben ganz viele tolle dinge festgehalten auch vieles nur anschneiden können und so ein ergebnis war bei der frage okay wie geht es weiter mit dem comic dass die hoffnung besteht und der wunsch und erhalten wir für realistisch das comic als medium noch sehr viel diverser wird dieser ansatz comic ist in deutschland ein album gepresstes sprechblasen und panels natürlich auf totem baum und das ganze auch für eine männliche weiße eher ältere zielgruppe das ist glaube ich nicht so der punkt zumindest nicht mehr langfristig sondern eben wir wünschen uns eine diversifizierung sowohl in den themen als auch in der präsentation des comics selbst vielleicht kannst du da mal so kurz ein paar gedankengänge von dir zusammenfassen wenn es um diese sachen geht ja was glaubst du comic das medium was kann da so in den nächsten jahren noch auf uns zukommen was sind so allgemeine trends und ich weiß es ist eine riesenfrage die gerade siehst also ich denke ich muss da erst mal auf den status quo eingehen ein bisschen ich meine ihr habt da ja schon eigentlich alles besprochen aber ich möchte da noch ein paar punkte aus meiner sicht aufgreifen also der status quo ja von dem was sich jetzt gerade gut verkauft gibt es eine richtung das ist klasse statt masse sage ich mal da haben wir eben die graphic novel von prestige verlagen aber eben auch die kleinauflagen direkt von den künstlerinnen auf messe oder ob das jetzt als webcomics über patreon ist das ist ja ungefähr vergleichbar wenn auch jetzt nicht im umsatz und da muss man sich fragen wer macht denn gerade diese masse woanders ja da kann kann ich ja ungefähr ableiten wie es hier weitergehen könnte aber erst mal zum status quo in den letzten jahren haben sich vor allem in den usa kinder comics gut verkauft die auch diverser werden das liegt vor allem an den schöpfer in was sich in deutschland dagegen sehr gut verkauft hat sind influenza comics und bücher das werde ich gleich mal ein bisschen erklären was mir dabei so ein bisschen aufstößt bei den kinder comics ist dass wir in deutschland immer noch damit beschäftigt sind uns davon zu emanzipieren dass comics kinderkram sind weißt du was ich meine das wird ja super seriös grafik novel hallo und das ist auch mal so ein bisschen traurig weil es so viel zu erzählen gibt und wenn ich die kleinen leser innen nicht abhole mit was neuem wo sollen die denn dann rein wachsen als erwachsene naja also du hast halt kleine verlage wie kiebitz oder noch kleine verlage die es versuchen mit den kinder comics da ist aber spürbar die brauchen erst mal reichweite was heißt reichweite hätte diese reichweite und die bringen auch eine menge kinder comics ja ja die klammere ich jetzt mal aus weil die also ich meine reichweite zum beispiel den bahnhofsbuchhandel und das barsortiment ja also die zwischenhändler wie libri und umreitung kein v und wenn ich in den bahnhofsbuchhandel schaue und in die supermärkte da sehe ich halt lustiges taschenbuch asterix diese ganzen on pack magazine mit toys das ist hauptsächlich von blue ocean das zeug hier ninjago und batman und wie sie alle heißen und da wurde meines erachtens einfach der anschluss verpasst in diese nische rein zu springen und zu gucken wie bleibe ich denn im magazinbereich oder wie bleibe ich denn im barsortiment ohne immer wieder asterix auflegen zu müssen ja das ist aber gar nicht mein business da irgendwie rein zu gucken und zu sagen hättet ihr anders machen können weil weiß ich nicht wie das gegangen wäre aber der gemeinsame nenner von diesen klasse statt masse und ich möchte mal sagen masse statt klasse wenn wir halt jetzt mal so ein bisschen herabblicken auf die on pack sachen dann sind das die wiedererkennungswerte das ist halt der gemeinsame nenner entweder über die brands also die figuren wie donald dark niago oder batman oder die künstler innen oder eben über personenmarken wie die influencer ja oder wenn wir vom graphic novel bereich sprechen so ikonifizierte personen wie ne cave david boy oder so das ist der gemeinsame nenner wo ich publikum finde wo ich verkäufe generiere da klemmere ich jetzt mal manga aus da müssen wir die anne delzat fragen also da finden sich halt hauptsächlich solche die in erhebungen sich sowieso immer vernachlässigt sehen nämlich heranwachsende und junge erwachsene die lesen ja gar keine ettenhausen oder super heldenhausen und die lesen relativ viel und da haben wir hauptsächlich importe aber eben auch viel sehr viel hart und schnell erarbeitet ist hier aus dach ja deutschland und der schweiz da stecke ich nicht genug im thema drin um zu sagen wo sind wir da klasse statt masse oder masse statt klasse dort kann man ja mal reinschauen und wenn wir jetzt mal zum thema diversität überwechseln ja wir können hier alle als weiße menschen zusammensitzen und uns wünschen dass mehr der wie diversität da ist aber das ist ein bisschen müßig ich muss ja eine situation schaffen in der vielfalt ein boden hat zum wachsen und wir haben das problem beim gingko gehabt wir haben gesagt wir wollen ganz viele einreichungen von leuten die eben nicht so den den einheitsbrei darstellen und dann haben uns die leute eben gefragt ja warum soll ich da einreichen oder es gibt gar nicht genug comics von people of color oder wir hatten eben auch people of color für also gerade women of color für das komitee angefragt und das scheitert dann zum beispiel daran dass ich eine marginalisierte personengruppe nicht auch noch umsonst arbeiten lassen kann das heißt wenn der bereich halt eh wenig abwirft wenn du dann diversität anziehen willst musst du eigentlich die unge die soziale ungerechtigkeit erstmal ausgleichen dass diese leute besonders viele chancen bekommen und jetzt ja salopp gesagt ausreichend geld damit die schaffensgrundlage da ist und das ist halt so was ich kann mir das halt wünschen als personen die vielleicht asterix comics zeichnet dass die diverser werden aber in den macher innen steckt der hund begraben wenn du weißt was ich meine wie siehst du das denn wie sind denn da deine erfahrungen zu ja das ganz spannend dass du gerade diese perspektive der kreativen personen mitbringst die habe ich natürlich in dem form erstmal nicht gehabt weil ich mir denke naja ist ja egal dass wir doch möglichst einen diversen comic machen der halt möglichst diverse figuren und diverse geschichten erzählt aber du hast schon recht ein stückweit ist identifikation dieser figuren mit den künstlerinnen natürlich auch da und gibt dem ganzen überhaupt erst eine gewisse sag ich mal glaubhaftigkeit und auch eine gewisse naja also trueness keine ahnung wie ich es bezeichnen soll also ja meinetwegen ja genau und das ist ja eigentlich das ist schön ein richtig schönes wort aber das stimmt natürlich das ist ja so ein bisschen die frage ob diese comics jetzt das ist nicht zwangsläufig damit gesagt dass diese comics jetzt andere comics ersetzen ganz im gegenteil ist ja nicht sinn und zweck mit diesem ansatz der diversität in comics möglichst jetzt allen irgendwie keine ahnung den queeren superman aufs auge zu drücken sondern es geht ja eher darum die zielgruppe insgesamt zu erweitern und eher personen die noch nicht den zugang zum medium hatten und das sind unsere hörenden tendenziell meine hörenden eher nicht sondern die haben den zugang schon sondern eben neue leute mit ins boot zu holen und da ist eine möglichst große diversität jetzt auch gar nicht nur was sexuelle orientierung angeht sondern auch keine ahnung regionale geschichten meinetwegen auch geschichten einfach herkunft im weitesten sinne und wie sieht es auch in kulturellen sachen ausdrückt aber einfach auch abwechslung auch ganz großes problem was ich immer wieder sehe ist und das ist gleich ganz binär aber das wirklich geschichten über frauen und von frauen mit frauen viel zu selten vor auftreten und so das sind alles so punkte die nehmen wenn diese geschichten kämen nehmen die ja den alten geschichten keinen platz weg ganz im gegenteil sie erweitern besten fall den markt oder eben die zielgruppe und das fände ich doch sehr wünschenswert gerade weil da regelmäßig auch tolle überraschungen drin sind ich kann mich erinnern vor kurzem hatte ich ein gespräch im planet comics in erfurt ein comic laden den es dort gibt und da habe ich regelmäßig kontakt mit dem lieben ad der dort auch zum beispiel den comic park in erfurt veranstaltet liebe grüße an der stelle und mit dessen freundin die sarah die wiederum hat mir erzählt von der mutter die in den laden kam und wollte für ihr kind ein mädchen wollte die einen comic haben und das besondere das besondere in erfurt ist das was besonderes das mädchen war eine person of color das weil der vater eben auch eine person of color war und sie fand es gab zu wenig geschichten die das repräsentieren oft wenn das eben dann keine ahnung auch im bereich mädchen comics möchte ich es mal nennen da sind es halt eben hellhäutige personen mit irgendwie keine ahnung roten und blonden haaren und so aber so richtig die die sind auch mal dicker und mal dünner aber schon bei der hautfarbe da war da wird es schon schwierig mehr diversität und da hat sie wirklich lange suchen müssen bis sie dann mal irgendeinen comic gefunden hatte ich glaube es war sogar ein kinder comic von reprodukt ich kriege den namen jetzt nicht mehr zusammen aber das stimmt schon es gibt zielgruppen die werden einfach noch nicht bedient und das ist auch so ein bisschen das was du sagtest da gibt es schnittmengen mit zum beispiel ja auch dann anderen themen du hattest jetzt beispielsweise nick cave als ikone angedeutet und auch andere themen die es einfach gibt die im comic behandelt werden können da sehe ich tatsächlich noch wirklich richtig viele möglichkeiten ich gehe immer davon aus dass man comics verschenken sollte mache ich auch gern mal und habe damit auch schon erfolge gehabt aber ich bin mir auch im klaren dass viele sich freuen das ding dann im schrank verschwinden lassen also da gefahr gibt es bei jedem geschenk ja und wenn du da dann weißt okay hier ist jemand geil voll fußballfan oder so dann kaufe ich ihm halt einen von diesen unzähligen fußball comics oder mangas ja und das kannst du bei jeder sportart machen das kannst du bei musikalischen sachen machen da gibt es ja so viele themen in die menschen sich reingearbeitet haben und da gibt es mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit auch ein comic zu das sind so meine gedanken zum thema vielfalt man kann ja auch mal miss marvel verschenken der wird ja nicht schlecht nur weil der schon eine weile läuft also da muss ich an den bericht oder an den ted talk von chimamanda negozi adiki denken kennst du die das ist eine feministische poetin aus nigeria und die hat erzählt als sie anfing zu schreiben hat sie natürlich weil sie entsprechende kinderbücher hatte über ein weißes mädchen mit blauen blauen augen geschrieben die äpfel pflückt und bis sie ihre eigene stimme gefunden hat das hat halt gedauert und das kann man sich mal bei ted.com angucken die hat noch einige talks in der richtung gehalten und wir sind auch ein paar unangenehme themen dabei aber das ist mir hängen geblieben und das zeige ich auch immer gerne auf workshops wenn ich mal also ich habe eine zeitlang hierfür fsj hieß das früher freiwilliges soziales jahr das bricht ja immer mal um wie das alles heißt und ich weiß auch gar nicht wie das jetzt worden corona wie die sich da so zusammenfinden können überhaupt wenn ich da so ein kreativ workshop gemacht habe oder ein comic workshop habe ich immer diesen talk dabei um einfach zu zeigen ja schreib was du kennst okay aber gibt es darüber hinaus mehr was ist eigentlich deine geschichte was versuchst du nachzuahmen weil du denkst das ist so also viele schreiben dann sofort superhelden comics vielleicht auch sogar noch aus männlicher perspektive obwohl es frauen sind und das ist sehr sehr spannend das thema und deswegen sprechen wir natürlich von authentizität und dass wir jetzt mal tatsächlich raum öffnen können für people of color die über people of color schreiben was jetzt nicht heißt dass ich nur als weiße person weiße comics machen sollte also das ist so wie wie politisch positionierst du dich da diskutierst du da hauptsächlich online drüber ohne comics zu machen oder machst du tatsächlich mal ein comic und guckst was passiert das werfe ich mal so in raum ja weil wir reiben uns ja seit jahren auf und arbeiten uns da ab an dem thema und es bleibt sehr weiß in der diskussion ja das ist natürlich ein thema glaube ich da da kann man auch hunderte meinungen zu haben wie weit man in welche richtung auch geht deswegen darf da jeder für sich selber der person für sich selbst entscheiden wie sie das gern hätte ich finde aber den ansatz mit den kindern auf jeden fall auch noch mal spannend dann muss ich mir halt mein comic nachwuchs 100 jahre später als der rest der welt jetzt eben erst erziehen okay mickey maus wird glaube ich meines wissens nicht mal mehr richtig produziert beziehungsweise es gibt glaube ich gar keine neuen mickey maus comics sind alles irgendwelche wiederverwerteten geschichten das war glaube ich mein letzter stand belehre mich wenn du es besser weißt keine ahnung also ich glaube da wird jetzt in der richtung nichts mehr kommen und jetzt machen wir uns nichts vor ist vielleicht auch alles ein bisschen outdated und da gibt es ja nun wirklich eine menge tolle neue projekte beispielsweise auch diese polle magazin was da aktuell glaube ich sogar in der sechs nummer sechs sogar schon am start oder so also die haben schon einige ausgaben produziert und da auch eine menge tolle hochwertige comics abgedruckt ich weiß nicht wie erfolgreich das ist aber sollte das jetzt wirklich schon ausgabe für nummer sechs sein spricht das ja tendenziell für das projekt ich frage mich nur ein bisschen wie kriege ich jetzt unseren nachwuchs als gar nicht mal nur unseren persönlichen sondern meinetwegen auch ja einfach den den die kinder egal wo sie herkommen wie kriege ich dir jetzt dazu vielleicht doch mal ein comic in die hand zu nehmen und sei es eben auf dem tablet das jetzt zu lesen oder sei es irgendwo anders denn das ist vielleicht gar nicht so einfach gerade dass man muss das üben das muss schon ein mindestalter vorhanden sein gerade wenn es um das thema text geht ich persönlich habe die erfahrung dass ich comics nicht so sonderlich gut vorlesen lassen ich habe das versucht mit ich hatte von irgendeinem älteren gratis comic tag ein dünnes heftchen hier mit den minions minions sind bei meiner vierjährigen grad auf jeden fall ein großes ding und die sind ja sprachneutral das ist voll toll wir erleben ihre geschichten ja ohne dass da irgendwer was sagt ne und das hat ein stück weit von genau man genau das hat auf jeden fall ein stück weit funktioniert und wir haben vor kurzem bei den comic cookies ja aktuelle kinder comics von marville präsentiert und da ist quasi jede seite ist ein splash page quasi es gibt keine panels in dem sinne und es gibt ganz viel text manchmal aber das ist mehr so eine art wimmel bild text ding ist punkt weil halt jedes wort auf der seite ist mit b geschrieben und deswegen sind da ganz viele kleine worte mit b das ist ganz lustig oder so aber ich glaube da war das für die meine vierjährige wäre es noch nix kurzum auch so dass beim keep its verlag erscheint da kenne ich jetzt nur eine handvoll sachen das sind eher ja schon klassische comics für kinder und das ist zu komplex bis in gewissen alter wie ich finde also meine frage jetzt vielleicht wie kriegen wir das hin da ab welchem alter kinder rein ran zu führen an das thema die bibel also meine comics hier in der nächstgrößeren stadt wo ich die bibliotheken auch zu habe da steht das alles in der kinder abteilung und da stehen aber auch die comics in der kinder abteilung die definitiv nichts für kinder sind du hast es vorhin schon angesprochen ja wie kriegen wir kinder dazu vielleicht comics zu lesen ist es das vorlesen ist das der einstieg was denkst du also unserer ist jetzt ja zweieinhalb und mag sein dass er hier möglichst ideale bedingungen vorfindet mit heiko und mir vielleicht da wird halt alles zum comic ne also ich will die kinder bücher wenn man sie jetzt nicht gerade geschenkt bekommt so aus dass sie auch gut vorzulesen sind ich will gern nach illustrator innen aus die ich auch ja vielleicht kenne oder irgendwie über instagram kennengelernt habe mir fallen da manchmal leute auf und ich denke boah ja wie zum beispiel die anne kathrin behl da kaufe ich fast jedes buch weil es spaß macht die eben vorzulesen und da kann eben alles zum comic werden also auch gerade wimmel bilder werden bei uns dann zu moderierten comics und um jetzt mal eigenwerbung zu machen heiko macht ja die der kleine icc comics das sind ja gratis comics im also für die leselok das in house oder on board magazin für kleine leute der deutschen bahn und diese marke ist unheimlich am arbeiten und es wird immer wieder geschaut was können wir machen das ist ein kundenbindungsprogramm aber dieses kundenbindungsprogramm ermöglicht dass da so fast im stil eines ips heft oder eines bussi bär magazins halt echt schöne sachen gemacht werden und ein teil davon sind eben diese comics und die bindung die da entsteht über die figuren über das vorlesen über die verschiedenen stimmen da passiert halt schon comic und schon seit der halt ein jahr alt ist also es geht schon man muss sich ein bisschen überlegen was ist was sind denn die vorstufen so ein comic und was ist dann der comic den mein kind dann also zum ersten mal so alleine lesen wird also ich muss hier lauter marken nennen weil so ist es halt zum beispiel wir haben pepper woods comics so kleine büchlein die gab es mal irgendwie also wirklich so ganz einfache vorlese dinger da steht immer nur ein satz drin die sind sogar auf englisch man kann die so standepede übersetzen und das sind muss ich sagen die ersten comics die er sich dann eben auch selber anguckt und halt erzählt was die da machen und in dialog geht mit dem ganzen ding und ich sehe das halt so schon mal als den ersten ansatzpunkt und ob ich jetzt in die marke rein wachse und sagen na dann lese ich halt später das grim und gritty dc reboot von peppa pig ja das ist dann meins das wird man dann sehen ja aber ich denke das rezipieren mit einer gewissen faszination das funktioniert halt nicht passiv also mein kind an tablet zu setzen ich meine diese ganzen kleinen ice sachen die gibt es eben auch über das onboard medien system irgendwelche hörbuch adaption und so was das funktioniert nicht du kannst die da nicht passiv tablet hinsetzen sagen ja mach mal dann kannst du halt auch so diese ganzen super billow youtube videos anmachen wo ein kleiner traktor durch die gegend fährt und was denkt auch sehr hoch im kurs also weißt du ich kann halt nicht immer nur sagen ja jetzt ich will die ich will die kleinen leute jetzt hier als meine zielgruppe haben ja dann guck mal was die brauchen was brauchen die gerade sind es die gleichen kinder wie vor 10 15 40 jahren oder sind das andere kinder sind die neugieriger haben die andere bedürfnisse geht es dann mehr um reizreduktion als um reizüberflutung also du merkst ich könnte mich über dieses thema auch ergießen ja definitiv wenn wir vielleicht noch mal ein paar jahre weitergehen in dem alter des menschen zu haben können dann fällt mir natürlich die schulzeit ein und da insbesondere unter anderem auch der liebe nils oskamp der seinen drei steine graphic novel die er da gern und ausgiebig und in unzähligen lesungen schon vorgestellt hat und wird ja auch gefördert und ist ja auch ein wichtiges und richtiges thema und so wäre natürlich spannend zu wissen ob das jetzt zwangsläufig dafür gesorgt hat dass jugendliche kinder irgendwas dazwischen keine ahnung dass die den zugang zum medium gefunden haben und da plötzlich auch guck mal hier solche krassen themen und das im comic mensch das könnte mal was anderes sein als entenhausen das wäre natürlich spannend du hast jetzt gemeint du hast beim fsj der auch workshops gehabt und da auch zumindest lesungen gehabt ich weiß nicht ob du das thema comic da explizit mit eingestreut hast aber das werden ja auch eher jüngere leute gewesen sein oder ach das sind junge erwachsene zwischen 16 bis 26 also ist ja unterschiedlich und das ist auch ein ich möchte mal sagen eine eklektische summe da dass der fsj kultur ist ich glaube wir hatten sogar eine dame da die war in erlangen tätig wir haben uns da leider nicht vor ort getroffen aber also ich habe die erfahrung gemacht dass die comics von denen wir annehmen sie seien für junge leute eigentlich für leute sind die sich wieder jung fühlen wollen und das ist so ein bisschen das ist ein bisschen eine unbequeme wahrheit ja also für wen mache ich diese 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 verjüngungen diese ewigen verjüngungen von superhelden comics die mache ich nicht für die 15 jährigen das ist es nicht die machen was anderes also ich kann ich kann leider sagen aus meiner erfahrung ist sind die nils oskamp comics vielleicht mal im schulunterricht durchgenommen worden aber da ist nicht der bedarf da zu sagen auch comics ist was anderes als entenhausen das interessiert die gar nicht weil die noch nicht mal berührung mit entenhausen hatten also lustiges taschenbuch haben wir gelesen als kids die nicht das ist vielleicht dann der ansatz manga denn das ist ja eine geschichte da bin ich immer total überrascht bei der frage wo ist denn jetzt hier der comic nachwuchs auf dem salon ja der ist in der szene und zwar im großen stil wenn du siehst und da auch wieder mal meinetwegen der comic park den ich gern besuche weil er auch so eine tolle location ist in erfurt ein toller riesengroßer garten quasi mit bühnen und allem drum und dran und da laufen dann menschen natürlich im cosplay rum und zwar in cosplays von denen du und ich wahrscheinlich zunächst nicht identifizieren können wo die figur herkommt wer ist unterstellung und das sind ganz viele junge menschen die mit herzblut in diesem anime und manga sektor drinstecken das finde ich total faszinierend und habe aber auch festgestellt dass sie bei den fragen die so wirklich und ich will die unterscheidung manga comic nicht machen offiziell aber ich mache sie hier jetzt mal wenn man dann eben dann die fragen stellt hier sieht es aus hast du eigentlich auch mal den aktuellen batman comic gelesen oder hast du keine ahnung mal eine graphic novel von carlson oder was von der hand gehabt dann auf gar keinen fall weil comics lesen sie ja nicht also oft habe ich den eindruck dass es da einen klaren graben gibt und der ganz dieser wird gemacht zwischen comic und manga wo auch immer er jetzt vielleicht erst mal herkommt vielleicht auch aus marketing technischen gründen aber auch in einem gewissen rahmen aus einer generationen frage herauskommt denn ich habe so das gefühl das was dem klassischen comic an nachwuchs verloren geht gedeiht im bereich manga und hat aber auch gar kein interesse vielleicht in diesen comic bereich über zu wechseln was ja auch gegenseitig manchmal so ist vielleicht da kein interesse zu haben ich hatte jetzt in der letzten ausgabe erwähnt wo nicht allzu lange zeit war ist ja irgendwie komisch sich auf comic veranstaltungen über manga zu unterhalten wurde ein stück weit belächelt also das vielleicht so ein thema das ich einschwenken möchte wie sieht das aus kannst du da was nachvollziehen hast du auch dieses gefühl dass der nachwuchs vielleicht eher im manga bereich steckt und wie sind da deine einschätzungen bei der frage wie so sage ich mal diese transition zwischen beiden bereichen stattfindet also wenn wir von comic nachwuchs sprechen machen wir mal einen kurzen ausflug in die bibliotheks szene also die großen förderer in dem bereich sind eben bibliotheken schulen schulbibliotheken die comic lesungen veranstalten also ich habe es ja vorhin schon mal mit dem erlebnis für kleine leute angedeutet dieses erlebnis setzt sich natürlich fort also kleiner schwenk auf stuttgart vor vier fünf jahren ich weiß nicht mehr wo katja klengel und ich auf der bühne standen und ein zeichen wettbewerb gemacht haben und wir hatten zwei mädels da sitzen die wollten danach comic zeichnerinnen werden ohne dass wir jetzt groß comics gelesen haben die fanden das einfach toll spontan zu zeichnen sich auszudrücken die fanden die messe toll die fanden die cosplayer innen toll das war eine experience die sie dann danach mit den heften und büchern verbunden haben und das machen eben dann auch die schulbibliotheken die sagen hier wir haben neue comics angeschafft und hier sind die mache innen dazu und die lesen euch das jetzt vor und da wird ein neues interesse geschaffen und das meinte ich mit wer sind die kinder von heute die muss so anders abholen die muss eben diese experience abholen und deswegen finde ich sind die cosplayer innen die allerbesten komplizen weil sie diese diese marken repräsentieren und diese nischen und je nebensächlicher und kleiner und versteckter diese eine figur ist über die 50 cosplays gemacht haben je neugieriger kann ich so eine heranwachsende person machen die dann genau den comic of webtoons findet und so also da funktionieren oder da passieren sachen in die wir gar nicht reingucken können und das ist auch gut so weil dieses diese diese subszenen da stecken die graswurzeln drin da stecken steckt das große momentum drin also ich glaube da passiert schon sehr sehr viel beim nachwuchs aber ich kann es nur nicht überblicken ne aber yay manga auf jeden fall yay manga viel geiler scheiß der aber wie ich finde es kann ein ganz subjektiver eindruck sein in einer anderen subkultur stattfindet oder zumindest in einer anderen personengruppe als so das tut was ich als comic bubble mal bezeichnen möchte hast du diesen eindruck auch hast du den nicht weil das für dich wirklich auch in den selben orten und mit den selben menschen stattfindet kannst du das nachvollziehen also das publikum ist eindeutig ein anderes das merkt man halt gerade auf der mcc in leipzig also die sektion die halle die ja immer immer gefüllter und immer immer umgreifender umfassender wurde und sich da halt die die buchbubble die altherren wie man sie leider nennen muss immer jedes Jahr darüber aufgeregt haben so aber aber und du bist dort und wir waren ja mit comic solidarity auch ein paar mal dort und die kids sage ich jetzt mal salopp haben halt das gesucht was sie da erwartet haben nämlich hauptsächlich die asiatische entschuldigung die japanische leserichtung und einen gewissen look and feel den sie gewohnt sind und es waren dann eher die leute mitte ende 20 mitte ende 30 die dann eben die in die comics die wir mit comic solidarity präsentiert und repräsentiert haben angenommen haben und das ist aber verschmolzen weil viele künstler innen eben beides machen und beiden also verschiedene ausdrücke beherrschen und so würde ich jetzt bei comic solidarity gar nicht comic und manga trennen wie du schon gesagt hast das kann man halt abschaffen aber die fandoms die sind auf jeden fall getrennt und in einem fandom habe ich eben die cosplayer in ich habe die comics ich habe verschiedene experiences und die informieren sich dann gegenseitig und da wird dann halt aber auch alles gekauft gerade in der artist alley der comic aber auch gerne limitierte prinz schlüsselanhänger was auch immer weil du dann so kleine du hast so kleine gruppen die sich dann eben und das meinte ich eben vorhin mit gemeinsamer nenne ist wiedererkennbarkeit die sich dann eben an die künstlerinnen heften und deren marke und sagen hey ich bin die spezielle crowd die liest jetzt diesen ein manga und ich werde immer wieder diese künstler innen treffen und das ist jetzt mein ding ich habe deine fragen nicht wirklich beantwortet oder doch schon es geht ich will eigentlich wissen ob so comic verlage nennen wir mal zwei exemplarisch weil sie sich auch so konträr sind meinetwegen plan productions ein heftigen verlag in die bereich und aber auch ein großer alben verlag wie meinetwegen splitter ob die sich hoffnung machen können dass in 20 jahren in zehn jahren der nachwuchs für ihre comics aus dem manga bereich gekommen ist oder ob es da genau gar keine überschneidung für gibt und da bin ich halt skeptisch wenn wir uns die zukunft ist des mediums anschauen wollen naja gut ich meine muss es muss es die überschneidung geben also es ist ja so als würden wir über musik sprechen und sagen zu einer person die mariah carey hört warum hörst du nicht rammstein was ist falsch mit dir also diese strömungen die lösen sich natürlich ab aber die existieren auch komplett gerechtfertigt nebeneinander ja genau da wird es halt auch nachwuchs geben für die entsprechenden produkte es gibt kids die hören halt michael jackson und das wird immer so sein ja okay also halten wir es fest dass die parallelität wenn man so will bei der publikumse ich weiß nicht was ist die mehrzahl von publikum egal die ziergruppen einfach verschiedene sein könnten aber generell groß sind und der bereich bildkunst also comic kunst wird schon in irgendeiner form abnehmer finden nur halt unter umständen muss da eine gewisse abwechslung und vielfalt einfach stattfinden damit der markt da langfristig von leben kann ja das ist halt die das hat die frage die ich mir hier in der comic solidarity stelle bin ich dafür zuständig dem markt fragen zu beantworten oder bin ich bin ich dafür zuständig oder ich meine das ist ja so eine selbstgewählte zuständigkeit die manchmal ein bisschen daneben ist für mich weil ich mich da so eine rolle gesetzt habe die überwältigend ist was brauchen die kunstschaffenden was brauchen die denn damit die überhaupt arbeiten können und da kommen eben die produkte raus und dann kann ich überlegen wie kriege ich die vermarktet und nicht ja was braucht denn der markt jetzt ja der markt braucht irgendwie dominion comics das ist tatsächlich ein sehr guter ansatz auch vielleicht für ein neues thema in der richtung vielleicht kurz für die zuhörenden kurz zur einleitung wie entsteht eigentlich so ein comic in vielen fällen auch gerade bei den mitgliedern der comic solidarity sind das herzensprojekte die sind irgendwie nebenbei entstanden oder man hat sich extra zeit freigeschaufelt am ende kommt dann irgendeine form von comic raus die in irgendeiner form präsentiert wird und vielleicht kommt sogar geld bei rum aber in der echten welt wenn es quasi menschen gibt die davon wirklich leben müssen weil comic halt eben auch zu produzieren ist es ist definitiv arbeit und irgendwer muss auch was essen und eine miete bezahlen da gibt es in ganz oft vorschüsse die gibt es nicht unbedingt in deutschland die gibt es aber definitiv in den franco-belgischen ländern in den gibt es in den staaten und garantiert auch in vielen asiatischen ländern ist es nicht unüblich dass du wenn überhaupt einen pitch hast dann pitcht du das deine comic idee einem verlag und dann kriegen die im besten fall richtig bock auf dein projekt und geben dir geld dafür dass du es erst machst du musst also nicht bereits mit dem fertigen comic auf diese verlege zukommen und da würde ich gerne so ein bisschen mal die frage an dich weiter reichen ich weiß du hast da auch sehr viel einblick auch was verlage unterschiedlicher größenordnung angeht unterschiedliche projekte hast du auch schon begleitet beim entstehungsprozess und da waren sicher welche dabei die waren vor allem herzblut finanziert und da waren bestimmt auch welche dabei wo es vorher den ein oder anderen taler gab wie sieht es aus dieses konzept vorschüsse für comics erstellen wie viel zukunft siehst du da gerade auch vielleicht für diesen ja für die deutsche szene ja viel also einfordern wenn wir jetzt mal alle aufhören abzuliefern ohne dass wir den cent in der hand haben dann muss man sich daran orientieren jetzt sprechen wir natürlich viel von indie comics da sind die in die verlage natürlich kollaborateure und nicht die großen gönner das geht nicht das wird sich natürlich gewünscht aber das geht so nicht wirklich ist sei denn man hat eine gewisse man hat ein gewisses seed money mit reingebracht dann kannst du natürlich vorschüsse auszahlen für deine erwarteten verkaufszahlen weil das ist nämlich der punkt du machst einen vertrag da steht dann drin hier wir machen den comic so und so viele seiten die person schreibt die person zeichnet oder eben in personalunion was ja immer schön günstig kommt und dann produzieren wir davon so und so viel stück und du kriegst quasi auf die ersten 1000 2000 10.000 verkauften comics diesen vorschuss und danach kriegst du erst wieder geld also wenn du das so verhandelt hast wenn dann das zehntausend einste heft verkauft worden ist das ist wie ich finde die beste art und weise es zu machen entschuldigung dann gibt es aber natürlich auch andere arten also wenn du als künstlerin zum beispiel nur illustrierst also nicht nur im sinne von dass das jetzt wenig arbeit sei sondern dass du in dem projekt jetzt nicht als schöpfer innen drin steckst dann lässt du dich natürlich für deine arbeitszeit bezahlen wenn du aber creator owned comics machst oder eben auftrags comics dann musst du diese art von vertrag machen entschuldigung ich muss mal abhusten ja das war's das gespräch mit der iv es ist dann halt einfach besser gewesen das ganze abzubrechen zu unterbrechen und irgendwie auch zu verschieben wir wollten über viele weitere dinge noch sprechen unter anderem auch alles was uns demnächst bei den aktionen der comic solidarity insbesondere auch beim comic salon erwartet denn im juni findet er wieder statt der internationale comic salon erlang und es sind eine menge dinge geplant auf die ich an der stelle auf jeden fall auch noch mal kurz mit euch zu sprechen kommen möchte das sind auch übrigens die inhalte die ihr dann im juni hier beim telestammtisch bekommen werdet und zwar habe ich bereits die zusage dass ich da definitiv dinge moderieren werde das werdet mich bei der comic solidarity auf der bühne sehen als auch bei anderen bühnen veranstaltungen es wird wieder das große podcaster treffen geben und ja ich möchte jetzt nicht zu viele dinge vorweg nehmen aber ich glaube wer mich zum beispiel persönlich einfach mal treffen möchte der sollte das unbedingt tun ich werde überall auch mein mikro dabei haben und meine aufnahmegeräte wir arbeiten unter anderem auch zusammen mit den jungs und mädels von splash page die machen da ja sehr viele video aufzeichnungen ich werde mich ein bisschen ums audio kümmern es wird wieder groß episch und unheimlich stressig wird toll davon kriegt ihr wie gesagt ganz viel hier beim telestammtisch zu hören bei der comic solidarity sind auch verschiedene dinge geplant ihr kriegt natürlich wieder spotlights also art spotlights lesungen vorträge und was nicht alles die haben auch wieder eine ganz tolle aktion am start diese nennt sich diesmal besuch mich und besuch mich ist eine postkarten aktion ihr kennt das schon von spiel mich das waren so sammelkarten die man so ein bisschen wie so pokemon trading cards quasi sammeln konnte von verschiedenen künstlerinnen und konnte dann gegeneinander spielen jetzt in diesem jahr wird es besuch mich geben und das sind postkarten auf diesen postkarten findet ihr motive aus verschiedenen comics von den personen die mit teilnehmen also die haben comics gezeichnet da gibt es orte und personen und das wird so ein bisschen ein vintage look sein dass ihr da halt einfach postkarten aus diesen comics bekommen könnt ich glaube kostenfrei keine ahnung oder zumindest für einen unkostenbeitrag und das wird ganz toll die kann man sammeln ich habe schon erste entwürfe gesehen das sieht wirklich großartig aus viele tolle menschen haben sich da zusammen gefunden um hier im vintage look ja ihre motive zu präsentieren auch da seid mal gespannt was ihr da alles kriegen könnt es wird toll richtig viel spaß machen generell erwartet uns eine ganze menge tolles zeug beim comics salon ich bin schon ganz zibbelig und kribbelig es waren sie leute ihr könnt euch vorstellen also ich will nur mal so ein bisschen was teasen ja wie gesagt podcaster treffen findet statt ich versuche für vereinzelte aktionen noch sponsoren ich habe sowas wie ein podcast pavillon im kopf es wird wohl mindestens zwei wenn ich gerade drei offizielle bühnen im startgarten von erlang geben also nicht nur diesen großen pavillon wo die universitäten und die comics solidarity beim letzten mal drin waren sondern eben auch richtige als veranstaltungsorte open air bühnen und das ist glaube ich noch mal auf jeden fall eine deutliche steigerung zum letzten mal salon da kommt viel geiler scheiß auf uns zu und ich bin wirklich hinweg ich freue mich mega drauf das sind also die inhalte die hier beim tele standtisch bekommen werdet im juno ja was ist eigentlich mit dem mai also ich bin jetzt erst mal im urlaub das heißt also das hier kommt kurz vor meinem urlaub raus und wenn ich dann wieder da bin fahre ich eigentlich auch schon wieder weg denn zwei veranstaltungen im mai stehen an die hier die mai ausgabe befüllen werden das ist zum einen wieder der comic park und beim comic park werde ich natürlich wieder ganz viele menschen interviewen die da unterwegs sind insbesondere die comic künstlerinnen interessieren mich und in diesem jahr sind wir auch ultra ja einfach international aufgestellt der michael dedio hat ja wieder jede menge leute am start international wie nationale ja einfach profis die hier dem aid vom comic park besorgt hat also ich lese hier mal eine liste vor glenn fabry das ist der cover artist von preacher francesco manna marco guaglione raulo carares rafael ortiz und mark laszlo das sind die internationalen gäste die also die haben alle irgendwie mal die marvel dc sachen gemacht und so das sind wirklich große namen und aus deutschland haben wir wieder mit dabei stefan sombecki unseren guten alten bekannten sascha derp als auch reiner engel wenn der bis dahin wieder fit ist gute besserung und die werde ich mir irgendwie alle versuchen zu schnappen und mit den interviews zu führen ja und dann treffe ich mich noch auf der bühne und zwar einmal mit dem joshua dantes zusammen mit dem alexander kaste und das ist der chef vom insektenhaus verlag den kennen wir auch das sind so zwei ganz tolle in die verlage die haben also joshua dantes eben vom dantes verlag und insektenhaus verlag auch die machen gerade tolle sachen den alex kaste muss man eigentlich auch nicht vorstellen der ist ja auch bekannter musiker und mit den beiden unterhalte ich mich an dem samstag vom comic park über folgendes thema how to doppelpunkt comic verlag wie man halt so einen comic verlag schmeißt und was man da so alles beachten muss wir haben eine halbe stunde auf der großen parkbühne in erfurt das wird ganz toll und da freue ich mich schon mega drauf ich glaube dass ich da eigentlich nur so ein paar eckpunkte nennen muss und die beiden jungs machen das alleine es wird also nicht viel für mich zu tun geben auch da werde ich meine aufnahmegeräte am start haben das ganze für euch aufzeichnen auch das gibt es hier im mai beim tele stammtisch zu hören dabei viel spaß dass die erste von zwei veranstaltungen die ich im mai ansteuern werde die zweite veranstaltung ist die comic expansion und die comic expansion ist quasi eine comic konferenz ich wurde eingeladen und fahr da jetzt mal hin das ist voll toll weil die übernehmen alles von reizkosten bis zur unterbringung vor ort in berlin in einem kleinen aber feinen hotel und dort treffen sich verschiedene wenn man so will comic botschafter innen und unterhalten sich über dinge die mit comics zu tun haben da finden workshops statt und da kommt glaube ich viel interessantes auf uns zu ich glaube letztlich ist aber vor allem eine networking veranstaltung auch da habe ich die große freude vertreter innen der orga interviewen zu dürfen die schnappe ich mir und erhalten uns mal ganz lange was das eigentlich bedeutet eine comic konferenz aufzuziehen wo kommt das geld her warum machen wir das eigentlich wer nimmt daran teil mit welchen zielen und so das wird glaube ich ganz toll ja und dann werde ich mir natürlich ganz viele personen von rang und namen aus der deutschen comicszene die dort an einem donnerstag und freitag zusammenkommen das müssen also leute sein die da zumindest mal urlaub nehmen können und sich dann da irgendwie über comics unterhalten wollen die werde ich mir alle schnappen und dann unterhalten wir uns mal und gucken mal wo die reise hingeht unter anderem wird der andreas platthaus auch da sein den kennt man ja auch als comic journalisten der wird einen workshop schmeißen und wenn ich richtig verstanden habe werde ich teil dieses workshops sein also ich bin echt gespannt was mich da erwartet und auch für euch dann letztlich ganz viel aufzeichnen das wird der große zweite part in der mai ausgabe hier beim telestammtisch sein und das waren sie die ausblicke auf die nächsten monate nachdem ihr jetzt hier also mal eher so eine interlude zwischen desaster baustellen folge bekommen habt in der ihr vor allem das tolle gespräch mit der ifj in weiten teilen zumindest auf die uhren bekommen habt folgte hier noch der ausblick auf den mai im mai gibt es wie gesagt inhalte zum comic park und auch zur comic expansion und im juni folgt dann das volle programm zu dingen die beim internationalen comics salon stattfinden werden wir werden hier außerdem die tage auch noch aufzeichnen die neue ausgabe der comic cookies ich weiß gar nicht ob ich das jemals richtig erwähnt habe aber zusammen mit dem andy dem breedstorm und dem patrick habe ich inzwischen seit echt naja über einem jahr länger auf jeden fall schon ganz viele sachen am start bei den comic cookies wir haben das ja quasi wir haben so neu gestartet das war so das comeback der comic cookies und wir werden in diesem monat noch folge 113 aufnehmen dafür haben wir jeweils wieder immer zwei comics am start die wir reihrum uns vorstellen teilweise kennen wir die schon teilweise eben nicht und dann unterhalten wir uns einfach mal und gucken wo die reise hingeht am ende folgt dann immer noch die neue kategorie cookies code authority und in der kategorie cookies code authority und da unterhalten wir uns einfach über comics die wir gemeinsam gelesen haben es gibt dann immer so diesen ein comic des monats und den haben wir uns einfach so alle vier gegönnt und unterhalten uns dann und hoffen dadurch dann einen gewissen austausch zu forcieren in diesem monat wird es gehen um being monsters von der lieben julia beutling die hat uns schon mal ein intro eingesprochen bei den comic cookies und das ist inzwischen echt einfach auch ein tolles projekt wo ich mal ganz aktiv über comics sprechen kann bei den comic cookies das ist toll ist ja nun auch deutschlands ältester noch lebender existierender comic podcast und ich finde es toll wie breit wieder aufgestellt sind was für unterschiedliche sachen wir da besprechen und ich möchte euch auf jeden fall empfehlen da unbedingt mal rein zu hören das wäre sonst schade wenn ihr das nicht tätet und in diesem monat geht es eben bei der cookies code authority um being monsters die ersten beiden kapitel von julia beutling jo und dann will ich noch zu ganz guter letzt auf jeden fall auch noch mal droppen was es hier an anderen comic podcast so gibt die ich aktuell höre und die ich mal empfehlen möchte es sind wirklich eine menge sachen die ich hier drauf habe auf meiner auf meinem in meinem podcatcher und möchte euch da jetzt mal so ein paar dinge rausgreifen ich weiß nicht ob ihr sie kennt hört mal rein falls noch nicht ich höre wirklich wahnsinnig gern art aber herzlich das ist ein projekt von flix und marvin clifford da sind jetzt seit längerem keine neuen ausgaben gekommen aber hört mal rein das sind so ein bisschen so perspektiven von comic künstlern zum thema comics ist glaube ich noch laufend wie gesagt zwar seit zehn monaten schon eine pause aber hört da mal unbedingt rein ebenso finde ich es ganz toll was bei den jungs von comic orama so mit am start ist und die sind ja seit geraumer zeit damit beschäftigt sich über spawn zu unterhalten wer also irgendwie interesse an der comic figur spawn hat für die ja nun irgendwann demnächst auch mal ein neuer film kommen soll von todd mcfarlane produziert wenn nicht sogar irgendwie noch mehr der sollte unbedingt auch mal reinhören was die jungs bei spawn orama aka comic orama so zu spawn zu erzählen haben das finde ich auch immer ganz toll ebenso großartig ist der podcast zur comic invasion liebe grüße da an lara und carlos die hier ganz viele machen aktuell ist zum beispiel erschienen eine ausgabe der sich das team der comic invasion mal vorstellt auch da solltet ihr unbedingt mal reinhören es gab es vor kurzem zumindest noch einen podcast namens comic nachrichten ein wort kann man so finden wo ja ein bisschen aktuelle comic news eingebracht wurden das ganze geht immer nur so wenige minuten so um die zehn maximal meistens weniger und das bietet einen ganz guten interessanten kurzeindruck zum thema comics gerade aktuelle deutsche dinge werden da oft besprochen deutsche themen möchte ich auf jeden fall auch noch mal empfehlen wer den comic talk mag so wie ich der ist vielleicht auch gut damit beraten sich das ganze noch mal als podcast reinzuziehen ich habe selten die zeit mir den comic talk als youtube format zu geben und möchte deswegen auf jeden fall empfehlen hier auch noch mal die podcast ausgaben zu empfehlen das sind immer ältere ausgaben einfach noch mal die audiospur davon audio qualitativ vielleicht noch nicht so ganz so hochwertig wie ihr das vielleicht von anderen podcast wie den cookies oder in tele stammtisch gewohnt seid aber auf jeden fall mega unterhaltsam jo und das ist das vorletzte gewesen ja genau ich möchte ich auf jeden fall noch auf ikigai hinweisen die beiden mädel zusammen koskun und rakami habe ich hier auch schon beim tele stammtisch interviewt und auch die bringen künstler in perspektiven mit von zwei mangaka die es eben sind die sind ja relativ drin in der szene haben auch regelmäßig gästinnen am start wo sie einfach neue ja talente vorstellen und können auch selbst so eigene gedankengänge mit einbringen möchte ich auch mal empfehlen ist irgendwie ist einfach sympathisch was ich glaube ich wirklich nicht mehr empfehlen brauche ist der ein comic podcast was hier die jungs so regelmäßig rausballern ist auch cool ich höre mir nicht alles an aber ganz punktuell gibt es hier wirklich eine menge spannende ja einfach comic podcast ich kann mich erinnern dass die zum beispiel auch mal diese ganze comicology geschichte mal ein bisschen ja intensiver beleuchtet haben das habe ich mir gern angehört war auch sehr erhellend einfach um herauszubekommen was da bei comicology eigentlich alles gerade schief gelaufen ist die ausgabe kann ich also auf jeden fall empfehlen und ich höre natürlich heute wie damals immer noch gern rein bei peng puff pow der comic podcast das sind zwei jungs aus berlin der eine ist glaube ich bei black dog comics oder so mit am start oder war es hamburg keine ahnung das macht mir auf jeden fall viel spaß das zu hören das ist ja immer so dass keine ahnung es geht viel um dc und marvel aber nicht ausschließlich es geht viel aber auch um diese händler perspektive die man haben kann wenn man comics vertickt möchte ich auf jeden fall auch noch mal empfehlen ja und ich glaube das war er mein rundum schlag ich brauche nicht mehr darüber reden wie geil jay comics ist das wissen wir inzwischen alle und auch bei drei frauen comics kann man regelmäßig reinhören das wisst ihr auch aber das sind auf jeden fall mal so ein paar ja pics von mir podcast pics von mir empfehlungen ich habe angefangen themanga punktuell zu hören das ist jemand namens brown kein plass ein schimmer wer das ist aber der führt ganz spannende interviews mit vertreter innen der comic und manga szene aus deutschland hat da wirklich tolle sachen gemacht auch relativ lange gespräche anderthalb bis zwei stunden ist da nicht unüblich auch das kann ich empfehlen und jetzt höre ich aber wirklich auf und überlasse euch hier nach dieser ganz besonderen ausgabe des tele stammtisch mit meinen podcast empfehlungen wenn ihr also jetzt sehnsucht habt nach comic podcast inhalten dann hört doch unbedingt mal da rein ich freue mich auf euch ich freue mich auf die interaktion mit euch auf social media auf der neuen website tele-stammtisch.de könnt ihr mich und uns das team der filmkritiken die podcast redaktion die ja auch drüben noch bei den filmkritiken da jede woche nahezu alle kinostarts und jede menge streaming starts bespricht auf jeden fall auch noch finden kontakt aufnehmen tut es mal ich freue mich darauf euch in entweder erfahrt beim comic park zu treffen vielleicht sogar in berlin bei der comic expansion oder aber auf jeden fall im juno in erlangen beim internationalen comics salon es wird ein traum und irgendwie auch großartig bis zum nächsten mal sehr geehrte damen und herren wertes publikum liebe hörende vielen dank für eure aufmerksamkeit und zeit ich hoffe sehr euch hat gefallen was ihr gerade gehört habt wir die redaktion des tele stammtisch betreiben ein semi professionelles podcast projekt zum selbst mitmachen also meldet euch bei uns wir beißen auf außerdem freuen wir uns immer über feedback via social media und e mail sowie euren finanziellen support ebenso voll locken wir förmliche überwertungen auf den gängigen podcast plattformen wer möchte darf uns gern immer und überall empfehlen alle relevanten links findet ihr in den show notes vielen dank und bis zum nächsten mal euer andy